Dieses Spiel, Anno Mutatonium oder Mutation, ich kann es nicht aussprechen, wir gucken es uns an. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und im Zuge dieser Demo-Woche 1. bis 7. Oktober 2021 Gucken wir uns jetzt ein weiteres Spiel an. So ein bisschen Cyberpunk mäßig. Ich hoffe, ich stürze es nicht ab. Ähm, Settings. Erstmal den Ton ein bisschen leiser machen. Ja, da bleiben wir doch bei Englisch. Vibration ist auf. Hallo Noob Angel, schön, dass du einschaust. Prüder direkt am Anfang. Meine Freunde des kurzen Longdrinks. Wir wollen mal hoffen, dass dieses Indie-Spiel besser läuft. Was kann ich denn? Kann ich auch Controller spielen? Also meine Tastatur vibriert nicht. Soweit ist die Technologie irgendwie noch nicht. Warum eigentlich nicht? Auch wenn es keine Tastaturen, die vibrieren und keine Mäuse. Wenn es doch Controller gibt. Das ist mal eine Frage hier. Also wir können hier was scannen, wir können hier switchen. Ich spiele es mal mit Maus und Tastatur. Inventory, Interact, Spaces Jump, allah hopp. Wird schon passen. So. New Game. Ich weiß nicht, ob ich hier sitzen bleiben kann. Mit der Kamera, dass wir mal rausfinden. Das ist aber, das ist glaube ich nicht die, also wir spielen es glaube ich nicht aus Ego Perspektive. Hm. Okay. Also auch so ein bisschen 2D. Bisschen Indie mäßig. Ich kann ja aber, okay ich kann rein. Ich habe jetzt keinen Bock irgendwie Text vorzulesen im großen Stil. Okay. I'll tap to interact with objects. You've got male. Okay. Oh no. Ah F. Okay ein Bild. Gamora, der 2nd child. She was into modeling and now runs the silicon jar in Margarita town. See to exit. Vielleicht ist es doch eher was für Controller. A photo of him while young. He had some rebellious temperament as Orion. Okay. Ich kann duschen. Ja wie. Ach come on. Ah. Ja okay. 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 Das ist mir gefallen. Ich dachte sie hätten jetzt nur schwarzen Bildschirm gezeigt. Das ist eine Animation. Nämlich. Gekauft. Also. Die Animation. Das Spiel war. Das Spiel noch nicht. Okay. Es hätte jetzt ja auch. Aber. Jetzt mal kurze Frage. Ich mache es nochmal. Soll das die Duschtür darstellen. Okay. Ich dachte das wäre das Fenster von außen. Ja okay. Da geht so eine Duschtür zu. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Kann ich nicht. Ne ich kann hier nicht. Also wir können hier duschen offensichtlich. Bei dem Computer benutzen. Wir haben eine Mail. Das ist geil. Äh. Dropped by lab. I got some more info on your illness. Get to my lab as soon as possible for full examination. Und hier unten. Auto reply to Ryan. I'm busy. Don't contact me for a while. Anyway have you been Ryan. I have been seen you for a long time. Okay. Ähm. Exit. Okay. Was können wir noch verwenden? Das Bett oder was? Ah. Ah. Das ist geil. Könnt ihr sagen was ihr wollt. Aber das ist geil. Jetzt hätte ich keinem für zu Hause. Wenn ihr aufsteht und wollt es hell haben. Geht's auf. Ah sorry. Allein der Effekt. Das könnte ich noch 5 Stunden machen oder? So habt ihr einen schönen blauen Himmel. Ohne Witz sowas zu Hause zu haben. Ihr schlaft viel schneller ein. Es wird total unterschätzt sowas. Okay. Hier ist offensichtlich Ende Gelände. Können wir hier noch was benutzen? Nein. Das ist jetzt mein absolutes Highlight bisher heute Abend. Lampen können wir außen anmachen. Hier ist noch ein Bild. Wahrscheinlich von uns. A photo of the 60 year old and she was quite a troublemaker back then. Okay. Jetzt können wir wahrscheinlich die Tür raus, ne? Ja. Ne. Wir sind im Schrank gelandet. Cyber Neko. Alles klar. Ist das alles? Wir können hier nur im Schrank rumrennen oder was? Ist das das ganze Spiel? Jetzt muss doch irgendwo die Tür rausgehen. Ich kann nicht nach vorne weg dann, oder? Ah, da. Mhm. Worst Computer ever. Okay. Okay. Also ich dachte ja, es wäre nur von links nach rechts. Aber. Äh. Aber wir können auch nach vor und zurück. Trashbag. Ich habe das Gefühl mit denen müssen wir uns anlegen. Okay. Die battle ist hier so ein bisschen. Das war's oder was? Okay. Soll wohl witzig sein. Ich habe nicht gelacht. Hier ist noch was. Payment notice. Okay. 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 Der hat wohl ein bisschen Geldprobleme mit dem Chip, ne? Das ist ziemlich eine Liste. Der nächste Cheat. Der nächste Cheat. Der nächste Cheat. Der nächste Cheat. Bounty! Okay. Ich habe keine Ahnung was das übrigens für ein Spiel ist. Er hätte mich mehr informieren sollen, ne? Man kennt's. Also wir haben jetzt offensichtlich... Wir haben halt auch noch was. Der nächste Cheat. Okay. Okay. Ich hoffe das sind bellende Hunde und kein Pärchen, das äh... Äh... Sport macht. Buddy, you just gave me a few more days. You haven't paid rent for two months. Just three more days. I promise I pay. Okay. Ah, hier ist noch was. Also wir müssen natürlich den Aufzug nehmen nach unten, ne? Ist ja klar. Die unterhalten sich jetzt noch. Dem ist es ein bisschen schwierig zu folgen. Also ich fahre jetzt runter, hab links und rechts aber Textfenster... Also ähm... So ähm... Nicht Textfenster. Video... Video Call. Und ab unten in der Mitte Text. Äh... Den konnte ich jetzt so schnell gar nicht lesen. Das ist offensichtlich die Waschküche. Oder der Waschsalon. Das wird übrigens die Zukunft sein. Und die asiatischen Länder sind da Vorreiter, ne? Also so große Hochhäuser. Jeder hat sein kleines Apartment. Fährt dann irgendwie runter und äh... Kann da unten eine Wäsche machen. Für viele noch Zukunftsvisionen in asiatischen Ländern. In Japan und Co. Ich glaub Korea auch schon. Ganz normal. Okay. Also hier geht's raus. Ich glaub es. Ah ja. Ich würde mir hier eine Sparausgabe wünschen. Ich... Ich hab's Gefühl... Es ist verpixelter, wenn's näher ist. Wenn ich jetzt rausgehe. Ah wobei es kann auch täuschen. Also ich mag den Grafikstil. Der gefällt mir echt gut. Ich mag den Artstyle. Ich mag ähm... Das Cyberpunk mäßige. Okay. Und mir gefällt es, dass wir hier so vor und zurück laufen können. Und du? Achso, die Katzen haben wir nur was runter geschmissen. Okay. Psst. Hey. Wollt ich diesen Halt... Diesen Öl? Diesen Räume am Ende des Universums? Oh du nicht. Okay. Okay. Weiter geht's. Wenn ich auch jemandem mit Drogen verkaufen wollte. Kann ich hier hochklettern? Das gefällt mir echt gut. Da müssen wir rein. Ich weiß. Aber ich will noch ein bisschen erkunden. Tja. Für mich schon besser als Cyberpunk 2077. Haha. Nein. Man kann es nicht ganz vergleichen. Das ist natürlich Quatsch. Damit kann ich reden. Hi. Are you here for the concert too? I'm just passing by. Cool. I'm just passing by. I'm going to use this for my chorus in my first song. Ja. Humor ist Geschmackssache, gell? So. Bevor ich da jetzt weiter reingehe. Aha. Weapons. Interessant. Pistol with an innovative kinetic system. Okay. Vielleicht ist das das interessanteste Spiel des Abends. Oh. Blade. Let's forge an advanced steel. Oh. Sparausgabe. Ich glaub's ja nicht. Wenn doch nur ganz kurz. Ähm. Hi. And today we got. Your energy weapons for armor. Let's have a look. Ah okay. Wir können also einkaufen. Haben wir Geld? Blöd. Ja. Offensichtlich kann man hier kämpfen in dem Spiel. Sonst wird es keine Waffen geben. Was hat der noch zu erzählen? Huh? Dude. Anything you recommend? Uhm. I like the particle blade myself. Thank you. You have made a great contribution to an even greater cause. Uhm. What a great cause I hear you think. Why you assist me in the world's biggest and most badass human galaxy plus outer space. Oh. That's my wife. Okay. Überall kann man nicht hören. Man kann überall zuhören. Get a tasty hot dog. How tasty is it? Super tasty. How super tasty. Extremely super tasty. It sounds like the best hot dog ever. You can just buy one. Okay. Okay. Greetings. We are currently not in business. Also hier kann man wahrscheinlich auch irgendwann rein. Polizei oder was? Your ID card please. Die haben wir nicht. Aber wie weit man hier. Gut. Hier ist noch zu. Wahrscheinlich weil es diese Demo ist. Ne. Aber ich finde das echt interessant. Also. Das hat echt was. Das macht gerade echt Spaß hier zu erkunden. Ja gut. Das ist nur. Ah Moment. Ja. Ist nur ein kleiner Bereich hier. Ne. Ist okay. So ein bisschen was closed. Ah hier kann man auch noch rein. Buch. Buch. Büchergeschäfte oder was? Worship it. Oh. Wieso nicht. Hm. Okay. Kann ich. Wild. Okay. Also aber nur Bücher. Ich habe noch was zu erzählen. Hey da. I have an interesting book about Eastern philosophy. It's about a concept of non-doing. Non-doing? Yes. Yes. It's an attribute to the genie. To the genuine non-action. Motivated by a lack of desire. To participate is human affairs. Alter. Okay. Gut. Also hier kamen wir ja her. Okay. Gehen wir mal dahin wo das Spiel eigentlich möchte, dass ich hingehe. Hier kommt wahrscheinlich auch nicht lang. Hier ist gesperrt. You asked her what are you talking about. Hey Officer. I didn't do anything. Okay. Lass uns hier nicht durch. Wir sollen ja hier auch offensichtlich rein. Was gibt es hier noch? Okay. You break it. You bought it. Okay. Wir sollen offensichtlich da runter. Ist doch kein Mensch oder? Hi. Offensichtlich schon. Better old goods than fine goods. Tell me any junk you find. They are all treasures to me. Okay. Wir haben schon ein bisschen was eingesammelt oder? Ich glaube damit können wir gar nicht. Ist doch alles nur Krusch oder? Wir müssen ein bisschen Geld verdienen hier in dem Spiel. Okay. It's dead for sure. Okay. Tote Pflanzen verkauft. Alles klar. Kann man machen. Okay. Gibt hier noch was? Advanced Crypto Key. Okay. Also hier haben wir wohl irgendeinen Geheimgang oder was? Okay. Ja, aber... Achso. Okay. Ist ein bisschen schwierig. Komm ich da runter? Äh. Also wir müssen ja gleich noch kämpfen. Ja, Sprachausgabe würde das Ganze echt aufpippen. Vielleicht kommt das noch in der Vollversion. Also mehr außer nur mal so ein Wort, ne? Oh. So. We senden you messages a days ago. What took you so long? I've been kinda busy lately. Ich muss hier noch Gespräche führen. Oh, right to the point. Upgraded your Grom system. You should be proud. The system is especially designed just for you. Didn't you say you had to lead on my illness? Correct. Judging me from the previous records, you was an intelligentist. It seems to be triggered at a specific time. Upgraded your Grom to collect data and analyzed the conditions which seem to be triggered. It also upgraded your combat suit. It will help prevent you from unintentionally hurting hours whenever your act is up. Plus, you will analyze your field data real-time, providing predictive protection for your personal safety. It is some kind of treatment. After well collected enough data, you should be able to find a cause. Then we can find a treatment. But well, only if we work after you've completed the test. Great, the test machine is in the lab to your left. I'll speak with you again and everything is loaded into the machine. Okay. Okay. Hier liegt noch was vom Boden. Hier sind noch... Okay. Hier sind noch Dinge rausge... Ge-xed. My first attempt to combine the with the beep. In a nation failed. Locked missing. Klingt nicht sehr... Ja. Klingt nicht sehr vertrauenswürdig. So, open. Wo kamen wir her? It's to your left. Wir sind nach rechts gegangen. Man kennt ihn, ja? Ich hab jetzt keinen Nervs alles vorzulesen. Mir ist es sehr viel Text und sehr wenig Sprachausgabe. Wer es hier nachgucken will, macht Pause bei YouTube. Ich möchte mal ein bisschen Action haben hier. Also da kamen wir... Hier liegt auch noch was vom Boden. Batteries on low level recharge. Okay. Hier kamen wir hier, oder? Hier kamen wir... Hier kamen wir... Hier kamen wir von hier her. Okay. Talk. Das ist der Igor, der Assisted Spot. Connecting, please wait. Okay. Okay. Let's... Let's... Let's kämpfen wir, oder wir? Dog? It's nothing but empty space... Dog? Coming. Sorry, was updating the local client. It's not quite finished loading! Ah, okay! Let's go. Just a sec All right about the updated system any new functions Hmm, I added some new defense system and we now have a comprehensive data collection now prevented the control panel for you great Okay, let's get started almost so schnell lesen No problem here Ash now, okay update complete Hey, let me delete some rayon files. Thanks for waiting Flores on whom? How's the new system? Oh It's a weird mix Irgendwie Gameplay L Aber wie soll ich denn, wie soll ich denn zu L kommen? Soll ich denn mit dem kleinen Finger zu L? Oder selbst wenn ich anders spielen würde, dann müsste ich mit dem Daumen rüber also Mit der anderen Hand Ganz cooler Beat Hm, also Zu diesen ersten Part mit so rumlaufen fand ich eigentlich ganz ganz stylisch. Das hier ist jetzt ein bisschen eigen Ja, aber Das ist, das gibt doch keinen Sinn Ja, aber da verrenke ich mich ja Das ist nicht zu Ende gedacht, das Kampfsystem Also zumindest nicht die Steuerung Aber das ist schon ganz stylisch so, aber Auch geilere Soundeffekte als bei Succubus with guns Okay Okay Ja. Ein bisschen Überraschung. Was der... Gib dir den besten Schaden, Flores. Wtf. Das muss ich jetzt mit... Ich brauche ja keine Maus in dem Spiel, wenn man so will. Sie ist nicht auf den Boden! Finde ich nicht. Ich bin echt auf den Boden. Ich bin echt auf diesem Boden. Dass du nicht nachgehen! Ich bin echt auf dem Boden! Ich bin echt auf dem Boden! Finde ich im Sof. Ich weiß nicht, ich weiß, wie ich es im Sof. Wir werden die kleine Stiverrücker binden. Okay, wenn man so unter dem Aspekt spielt, dass man mit 2 in einer Tastatur spielt. Dann ist es okay. Ich glaube, ich soll gar nicht gewinnen. Okay, unter dem Aspekt, 2 in einer Tastatur ist eigentlich ganz geil. Oder mit Controller. Also ich habe aktuell genug Spiele und ich weiß auch gar nicht, wann das rauskommt. Aber es macht einen guten Eindruck auf mich. Auch das hier macht Laune. Dass der jetzt so verpixelt ist, weil das eine Computersimulation darstellen soll. Und der das jetzt hier noch in der unfertigen Version uns hier so einen Gegner hinzaubert. No? Data Loss Ja, ich glaube, wenn das kommt, das wird echt noch ein Problem. Also ich, virtuelle Reality-Brillen haben wir ja schon. Aber Dinge, die man sich dann aufsetzt und irgendwie die Gehirnströme verändern, sowas kommt garantiert irgendwann. Ich hoffe, ich erlebe es nicht mehr. Ihr redet ja das in dein Gehirn. Okay. Ein bisschen spielen wir noch. Ja, jetzt was zu sagen oder was nochmal? I lost control again. Don't worry, it was just a test. It did cause any real trouble. It seems that we intensity of the battle just triggered. Okay. Okay. Or perhaps it was because of the magnetic field resonance. Oh, looks like my testing machine messed up again. Doctor, are you being serious? Hey, we are making a process, aren't we? The whole incident was recorded by Grom. This is the voluble data I've uploaded to the new system to your battlesuit. Feel free to test it. Whatever. But not here because I'm busy. Find a room shop, a ROM shop in town. Okay. Hier darf ich nicht rein. Also, find in town. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurücklaufen, oder wie? Offensichtlich. Ja, wie gesagt. Also, das hier mit Sprachausgabe will so viel mehr zu, ähm, zum Spielgefühl beitragen. Aber ich find's ganz cool. Ich hab's nicht gedacht. Eine Demo haben wir gleich noch. Ich spiel jetzt hier noch ein kleines bisschen, aber es, äh... Könnt ihr mir jetzt noch was verkaufen, aber ja. So, also, ich soll in der Stadt jetzt. Hello? Anyone there? Oh, ich bin unter dem Gully. Who's talking? I've met with some trouble, now I'm stuck. But that's not my fault. I'm innocent. Can you maybe grab a little bite or eat like a sandwich or something? No cheese. Bro, I don't want to blabby farts. Oh, and a Coke would be fantastic. I gotta go. Bye. Also, ein bisschen Humor ist natürlich drin. Also, wir sollen in der Stadt jetzt so ein Gerät finden. So viel Auswahl gibt's hier ja nicht. Bei den Weapons vielleicht? Nö. Aha. Okay, interessant, interessant. Fliegende Autos. Der DeLorean lässt grüßen. Okay. Also, ich glaube, das Spiel hat für mich ein Level erreicht, wo ich aufhören möchte. Weil ich mir die Vollversion nicht verderben möchte. Weil ich find's eigentlich ganz gut. Sogar so. Ich werd's jetzt noch kurz spielen, solange die Demo nicht mehr gehen. Aber, es macht echt Laune gerade. Und ich find's, es sind ein paar sehr innovative Ideen dabei für so einen kleineren Indie-Titel wahrscheinlich. Die Maus brauche ich hier ja gar nicht. Das habe ich viel zu spät gemerkt. Das war's, oder? Das war's, oder was? Nee, war einfach nur mal so eine Interaktion. Okay. Das ist nicht so. 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 Ich will das hier noch klären. Okay. Okay, ist jetzt auch rudimentäres Hacken, ne? Ah, aber auch so ein bisschen 3D. Also aus der Ego-Perspektive. Hat was. Kommen wir hier ins Bad? Ah, von da unten wahrscheinlich, ne? Erstmal alles umtreten. Der hat keine Dusche, der arme Mann. Aber dafür ein Klo, eine Waschbecken, immerhin. Okay, ist ein kleines Büro. Da geht es wahrscheinlich weiter, ne? Okay. Okay, okay. Kleine Videosequenz. Aber ich bleib dabei, das... Also, das noch mit Sprachausgabe. Weiß nicht, ob was noch kommt. Ob das jetzt nur in der Demo nicht dabei ist oder so. Get broken room fixed. Wie soll ich das denn verstehen? Hat alles kaputt gemacht. Also umgedreht. Gut, wir kriegen ja die Cent gesagt, wo wir... Geht's hier auf den Ländern? Wo wir hin müssen. Ich gehe mal in die Kampfpose. Also, Hände auf die Tastatur. Wir müssen wohl hinterher, jetzt, ne? Eine sehr lange Demo. Ich habe Amulition gebrauchen. Äh, auch. Ich gehe mal in die Tastatur. Wir sind hier. What the? What the? What the? Das war's. Mmh-hmm. Mmh-hmm. Sehr schön. Äh, auf jeden Fall kommt das auf die Wishlist. Ha. Aber wie das auf die Wishlist kommt? Na super. Freundesliste oder Freundesliste? Äh. Ist sogar schon mal in der Wunschliste. Sieh an, sieh an, sieh an. Ich find's gut. Ich find's wirklich gut. Äh, wer's das Spiel noch mehr zu bieten hat, weiß ich noch nicht. Sparrausgabe würd ich mir wünschen. Dann wär's richtiger Knaller. So find ich's gut. Wenn ich Zeit für finde und ein Spiel brauche. Und weil ich grad nix hab. Hier sieht man nochmal so ein bisschen hier, äh, Artworks, ne? Lass mal zu. Also, nochmal ein paar Screenshots. Das sieht echt interessant aus. Das behalte ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Das hat mir Spaß gemacht. Ähm, so. Bleibt noch im Stream dabei. Ein Spiel machen wir noch. Eine Demo gibt's noch heute. Ähm, aber für die Aufnahme hier ist jetzt Schluss. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist FitzFuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.